Herzlich Willkommen beim Praxiteil 2 von unserem Nackenradgeber. Heute geht es darum, mit einem Terraband die Rotatorenmanschette ein wenig zu mobilisieren. Das heißt, dieses nach vorne gefallene, ich zeige es gerade mal von der Seite, dieses nach vorne gefallene zu korrigieren, dass wir wieder in eine aufrechte, schöne, gerade Position kommen, wodurch wir auch wahrscheinlich einige Zentimeter wachsen werden. Wichtig ist, wir schnappen uns ein Terraband, umwickeln das einige Male um die Hand, sodass wir eine Grundspannung haben vor dem Körper. Mit den Händen können wir ein bisschen variieren vom Griff. Entweder so Fäuste nach vorne oder wir öffnen die Handinnenflächen, dass sie nach oben zeigen. Wichtig ist, ich habe einen 90 Grad Winkel zwischen Unterarm und Oberarm. Die Oberarme sind fest am Körper und jetzt rotiere ich nach außen. Wichtig ist, ich verliere keine Grundspannung vorne. Das heißt, ich habe hier nicht das ganz Lockere, sondern habe immer eine leichte Vorspannung. Ich mache die Brust groß. Das heißt, ich fange vorne, Brust raus und dann rotiere ich nach außen. Das kann ich ruhig 20 bis 25 Mal machen. Die Schulter wird ein wenig brennen, aber das ist auch gut so. Das bedeutet, wir werden eine verbesserte Durchblutung der Muskulatur haben, haben eine hohe Anspannung und durch die Entspannung fließt wieder Blut rein und das Ganze lockert sich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr macht es auf jeden Fall zu Hause nach und wenn es euch geholfen hat, würden wir uns über ein kleines Feedback freuen und wir sehen uns im dritten Teil nächste Woche.